Liebe Kunden, liebe Partner, mein Name ist Steffen Wagner und ich möchte Ihnen erklären, wie das Industrial Internet of Things die Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie vorantreiben und unterstützen kann. Nachhaltigkeit wird von Tag zu Tag wichtiger und sie ist bereits zu einem integralen Bestandteil unseres Geschäfts geworden. Sie steht im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit und soll sicherstellen, dass wir den Alltag umgestalten, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir neue Technologien und das Industrial Internet of Things nutzen können, um die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Das Siemens Degree Framework für Nachhaltigkeit konzentriert sich auf die größten Herausforderungen unserer Zeit. Ich möchte mich heute aber auf einen Aspekt des Rahmenwerks konzentrieren, die Dekarbonisierung. Der Grundgedanke von Siemens IIoT ist eine Möglichkeit für Maschinen und Sensoren, Daten mit Industrial Edge Funktionen vorzuverarbeiten, zu verknüpfen und an eine Datenplattform wie MindSphere zu senden, um Datenanalysen besser durchführen zu können und datengesteuerte Geschäftsmodelle und Entscheidungsfindung zu unterstützen. Bei IIoT geht es jedoch nicht nur um die Verbesserung der Intelligenz und der Konnektivität von Geräten. Es geht auch darum, in Anlagen und Flotten mehr Transparenz über die Nachhaltigkeit zu bekommen. Und beim Gespräch mit unseren Kunden wird deutlich, dass es einen Bedarf an vernetzten, digitalen Lösungen gibt, die diese Transparenz bieten. Wenn wir uns die Trends für die Prozessindustrie anschauen, sehen wir viele Möglichkeiten, das IIoT voranzutreiben, um Operational Excellence und eine höhere Dekarbonisierung zu erreichen. Viele dieser Möglichkeiten betreffen die gesamte Wertschöpfungskette und zielen darauf ab, die Lebensdauer von Assets zu verlängern und die Effizienz der Anlagen und Flotten zu verbessern. Andere Trends sind auf die Wiederverwendung und Wiederverwertung sowie die Ressourcenmaximierung durch Anlagen- und Prozessoptimierung und vorausschauende Wartung ausgerichtet. Eine sehr spezifische Art und Weise, wie IIoT die Dekarbonisierung unterstützen kann, ist die Ableitung und Bewertung des Carbon Footprints eines Produkts, seines sogenannten PCF, wobei der PCF dessen Klima Auswirkungen bestimmt. Bei der Berechnung des PCF wird der gesamte Lebenszyklus des Produkts betrachtet, ausgehend von den Rohstoffen und der Fertigung, über den Transport und die Nutzung bis hin zur Entsorgung. Bei der Fertigung wird zum Beispiel gemessen, was für die Produktion des Kunststoffgehäuses eines Produkts benötigt wird. Beim Transport geht es um die Logistik und darum herauszufinden, wie und wie weit ein Produkt transportiert wird. Wird es zum Beispiel mit Schiff oder Flugzeug transportiert? Und genau hier können wir beginnen, IIoT in der Prozessindustrie voranzutreiben. Dies beinhaltet das Wissen darüber, wie viel und welche Art von Energie bei der Produktion verbraucht wird. Wo stehen wir jetzt? Können wir den PCF von der Wiege bis zur Ware perfekt und genau berechnen? Die harte Wahrheit ist, dass die PCF-Informationen innerhalb der Lieferkette nicht ausreichend transparent sind. Und wir haben noch keine Lösung, die einen Überblick über die aktuellen Nachhaltigkeitsindikatoren bietet oder uns die Auswirkungen künftiger Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Lösungen zeigt, die die Optimierung ihres Produktionsprozesses vorantreiben. Beachten Sie, dass ich noch nicht sagte. Wie ich eben angedeutet habe, gibt es bei der Gewinnung genauer und umsetzbarer PCF-Daten zum Vorantreiben von Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung in der Prozessindustrie natürlich Hindernisse. Die größte Herausforderung liegt in der genauen Erfassung und Aggregierung von Carbon-Footprint-Daten, unabhängig davon, ob sie von einem einzelnen Schalter, einem Kompressor oder einem ganzen Schaltschrank stammen. Unternehmen müssen die Carbon-Footprints ihrer Produkte oder Produktion, ihre PCFs, kennen, um festlegen zu können, wo die Hebel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen liegen. Und wenn Unternehmen ihre PCFs kennen, erhalten sie die Daten, um ihre Dekarbonisierungsziele zu definieren, zu verwalten und zu erreichen. Aber wir brauchen auch Ökosysteme mit offener Architektur, Standardisierung und gemeinsamen Protokollen, um sicherzustellen, dass wir auf die Carbon-Footprint-Daten von verschiedenen Anbietern und Lieferanten und den Geräten von Drittanbietern zugreifen und diese gemeinsam nutzen können. Dies würde sowohl die Rückverfolgbarkeit als auch die Transparenz optimieren und gleichzeitig die Global Reporting Initiative stärken. Eine unabhängige internationale Organisation, die Unternehmen und anderen Organisationen hilft, ihre Auswirkungen durch Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verstehen. Und schließlich müssen wir Informations-Silos beseitigen, um eine nahtlose Einführung, Konfiguration und Integration von PCFs zu ermöglichen. Wesentlich ist, dass PCFs und Dekarbonisierung viel mehr als nur Hardware umfassen. Die Software ist entscheidend dafür, dass wir umfangreiche, strukturierte Analysen von industriellen Anlagendaten durchführen können, die PCF-Erkenntnisse über unsere Produkte ermöglichen. Und mit den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz können wir nachhaltigkeitsorientierte Daten auf eine Art und Weise nutzen, die bisher unvorstellbar war. Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Carbon Footprint Ihrer Produkte mit demselben IIoT erfassen und berechnen, welches wir derzeit zur erweiterten Automatisierung und Digitalisierung Ihrer Anlagen einsetzen und dann entsprechende Maßnahmen vornehmen. Dadurch wird es möglich, die Konnektivität des IIoT zu nutzen, um Ihre Produktion und Prozesse intelligenter zu machen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Damit das IIoT die Dekarbonisierung effektiv vorantreiben kann, ist ein starkes Digital Backbone mit einer Integrationsschicht und vertikaler Konnektivität unerlässlich. Dies würde die Beseitigung von Informationssilos gewährleisten und den nahtlosen Austausch und die Integration von Daten erleichtern und uns die benötigten Carbon Footprint Daten liefern. Ein starkes Digital Backbone ermöglicht die vorausschauende Wartung von OT-Assets auf Feldebene, die Leistungsüberwachung von OT-Assets auf Steuerungsebene, fortschrittliche Prozessoptimierung, Energiemanagement, Track & Trace für die Rückverfolgbarkeit von Produkten, sowie Bestands- und Logistikmanagement. Konzentrieren wir uns für einen Moment auf die vorausschauende Wartung von Assets auf Feldebene, denn diese ist für die Verlängerung der Lebensdauer von Assets und die Verringerung von Verschleiß entscheidend. Asset Performance Suite ist eine Anlagen-Asset-Management-Lösung, die Daten aus verschiedenen Datenquellen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sammelt, aggregiert und kontextualisiert, so dass sie für fortschrittliche Datenanalysen genutzt werden können. Asset Performance Suite, APS, bietet die Möglichkeit durch vorausschauende Wartung den Wert Ihrer Assets zu erhalten und liefert Ihnen einen Überblick über den aktuellen Zustand Ihrer Anlagen. Es bietet eine einfache Navigation durch Ihre Flotte, Anlagen und Assets mit visuell verständlichen Daten um Ihnen zu helfen, bessere Wartungsentscheidungen zu treffen. Und die auf künstlicher Intelligenz basierende Analytik bietet einen verbesserten Lebenszyklus und eine Optimierung der Geräte. Wenn Sie also das Leistungsvermögen von AIoT und künstlicher Intelligenz gemeinsam nutzen, können Sie Ihre Wartungspläne leichter optimieren, um die Assets Ihrer Anlage zu erhalten und gleichzeitig Ihre Gesamtwartungskosten senken. Und da APS verschiedene Datenquellen wie technische Datenprozess- und Diagnosedaten verbindet und verwaltet, um den verborgenen Wert in Ihren Daten zu nutzen, ist APS in der Lage, vorhandene Engineering-Daten zu importieren und Datenquellen zu verbinden, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Assets zu geben. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären auch in der Lage, Carbon Footprint-Daten von Produkten einzubinden, um sich einen Überblick über den Carbon Footprint Ihrer Assets zu verschaffen. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, stellen Sie sich vor, die Asset Performance Suite könnte auch die Energieverbrauchsmuster der Assets Ihrer Anlage auswerten und Algorithmen nutzen, um diese Daten für Sie verständlich zu machen. Dies würde uns auf dem Weg zu transparenten Carbon Footprint-Daten von Produkten und Produktionen weiter voranbringen. Mit dem Zugang zu unendlich vielen Daten sind die Möglichkeiten zum Vorantreiben der Nachhaltigkeiten endlos. Die Fokussierung auf das Energiemanagement und den Energieverbrauch in der Wasserindustrie ist ebenfalls wichtig. Und hier kommen unsere Siemens Water Smart Applications, auch bekannt als unsere Siva-Apps, ins Spiel. Es besteht Einverständnis darüber, dass Pumpen mit mehr als 70% des Energieverbrauchs, der mit Abstand größte Stromverbraucher, im Wasserversorgungsnetz sind. Unsere Siva Optim-Applikation ist ein Entscheidungsunterstützungssystem für die optimierte Pumpenplanung. Es handelt sich um eine Lösung für die intelligente, energieoptimierte Steuerung von Pumpen und Ventilen auf der Grundlage aktueller Systemdaten und Bedarfsprognosen sowie tagesaktueller Energiepreise. Es ermöglicht Betreibern den Energieverbrauch, um bis zu 15% zu senken und gleichzeitig eine optimale Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und die Siva Optim Dynamics Applikation minimiert den Energieverbrauch in Trinkwasserverteilungssystemen, indem sie mithilfe einer hydraulischen Modellierung der Pumpstation die effizienteste Lösung für den Transport des Trinkwassers berechnet. Energie wird verbraucht, um das Wasser während des Transports zu pumpen, die Speichertanks zu füllen und das Wasser von den Speichertanks zu den Verbrauchern zu fördern. Die Optimierung des Betriebs dieser Pumpen senkt nicht nur den Energieverbrauch erheblich, sondern bewirkt auch eine geringere Belastung der Geräte. Durch die Bereitstellung kontinuierlicher Informationen über den aktuellen Füllstand ermöglicht Siva Optim Dynamics schnelles und gezieltes Handeln bei Abweichungen vom prognostizierten Verbrauch. Außerdem kann die Applikation den Pumpenzustand mithilfe eines speziellen Algorithmus überwachen, der die Prozessdaten analysiert. Daraus werden Trends und Empfehlungen für Wartung und Betrieb abgeleitet, um die Verfügbarkeit und Lebensdauer der Pumpen und anderer Komponenten zu erhöhen. Auch hier sind die Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs dank des Zugangs zu unendlich vielen und intelligenten Daten endlos. Standardisierung ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass wir Daten von der Wiege bis zur Bahre miteinander verbinden und austauschen können, um sie verfügbar und vollständig transparent zu machen, selbst wenn sie von verschiedenen Anbietern stammen oder in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Die Industrial Digital Twin Association wurde 2020 von VDMA, ZVEI und 20 weiteren deutschen Industrieunternehmen, darunter Siemens, gegründet. Und die Schlüsseltechnologie dieser Vereinigung ist die Asset Administration Shell, eine digitale Darstellung eines Produkts, die die Informationen und Funktionalitäten eines Assets enthält. Ziel des AAS ist es, eine kontinuierliche Datenverfügbarkeit entlang des gesamten Lebenszyklus, von der Produktplanung und Entwicklung über die Produktion und Inbetriebnahme bis hin zur Nutzung und Recycling zu erhalten. Dies ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen den Partnern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Wenn die AAS zu einem akzeptierten und umgesetzten Standard in der Prozessindustrie wird, könnte dies auch Informationen über den Carbon Footprint von Produkten umfassen. Wie Sie also sehen, müssen wir Synergien zwischen diesen neuen Lösungen finden, um unsere Ziele zu erreichen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Zusammenführung der Analysemöglichkeiten der Asset Performance Suite, der Asset Administration Shell und unserer neuen Applikation, dem Industrial Information Hub. Der Industrial Information Hub ist eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, auf aktuelle technische Dokumentationen für ihre Assets zuzugreifen. Die Hersteller und Anlagenbetreiber miteinander verbindet und es ihnen ermöglicht, öffentliche und private Dokumente auszutauschen. Und die Technikern, Ingenieuren und Assetmanagern hilft, alle benötigten Unterlagen an einem Ort zu finden. Die Zusammenführung dieser drei Lösungen, Asset Performance Suite, Industrial Information Hub und Asset Administration Shell, könnte einen einfachen, nahtlosen und effizienten Informationsaustausch zwischen Kunden und Anbietern zur Aggregierung von Daten ermöglichen, um die Transparenz des Product Carbon Footprint zu verbessern. Wie könnte also die Zukunft des IIoT aussehen, um Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung weiter voranzutreiben? Die Verwendung von vernetzten und intelligenten Technologien, um den Product Carbon Footprint aller Assets so weit wie möglich zu reduzieren. Das Vorantreiben der Transparenz des Product Carbon Footprint für die Prozessindustrie, unsere Kunden und alle Stakeholder. Die Einführung eines einheitlichen Standards für den nahtlosen und mühelosen Datenaustausch und schließlich leicht zugängliche Daten für die jährliche Global Reporting Initiative für Transparenz und Rechenschaftspflicht bereitstellen. Die ersten Schritte sind getan und ich bin mir sicher, dass wir mit Hilfe des IIoT die Umweltauswirkungen der Produktion verringern, die Energieeffizienz steigern und uns einen großen Schritt in Richtung Kohlenstoffneutralität bewegen werden. und ich bin ein großer Teil von IIoT.